Das Land sollte durch Regen erquickt werden. Deshalb sprach Elia zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. 1. Könige 18, Vers 41 Daraufhin begab sich der Prophet auf die Spitze des Berges, um zu beten. Kein äußerer Anschein deutete auf Regen hin, der Elia berechtigt hätte, Ahab zuversichtlich aufzufordern, sich auf Regen einzustellen. Der Prophet sah weder Wolken am Himmel, noch vernahm er Donner. Er sprach nur aus, was der Geist des Herrn ihn auf seinen starken Glauben hin zu sagen veranlasst hatte. Denn Tag über hatte Elia unerschrocken den Willen Gottes vollbracht und sein bedingungsloses Vertrauen in die Prophezeiungen des Wortes Gottes bekundet. Jetzt aber, nachdem er alles getan hatte, was in seiner Macht stand, wusste er, dass der Himmel die vorausgesagten Segnungen reichlich gewähren würde. Derselbe Gott, der die Türe gesandt hatte, hatte auch reichlich Regen als Lohn für Rechthun verheißen. Und so wartete Elia nun auf den verheißenen Regenguss. In demütiger Stellung, er hielt sein Haupt zwischen seine Knie. Erste Könige 18, Vers 42 Flähte er zu Gott für das ruhige Israel. Immer wieder sandte Elia seinen Diener zu einer Stelle, von der aus man das mittelländische Meer überblicken konnte, um zu erfahren, ob sichtbar wurde, das Gottes Prophetengebet erhört hatte. Doch jedes Mal kehrte der Diener mit dem Bescheid zurück. Es ist nichts da. Erste Könige 18, Vers 43 Der Prophet wurde deshalb aber nicht ungeduldig, verlor auch nicht seinen Glauben, sondern fuhr in seinem inständigen Flehen fort. Sechs Mal kehrte der Diener mit dem Bescheid zurück, dass kein Anzeichen am verschlossenen Himmel auf Regen hinweise. Unverzagt sandte Elia ihn trotzdem noch einmal hin. Dieses Mal kehrte der Diener mit der Nachricht zurück. Siehe, es steigt eine kleine Wolke auf, aus dem Meer wie eines Mannes Hand. Erste Könige 18, Vers 44 Das genügte. Elia wartete nicht erst, bis der ganze Himmel sich mit schwarzen Wolken überzog. In jener kleinen Wolke schaute er im Glauben bereits einen gewaltigen Regen. Er handelte auch seinem Glauben gemäß, denn sofort sandte er seinen Diener mit der Botschaft zu Ahab. Spann an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht aufhält. Erste Könige 18, Vers 44 Elia war ein Mann starken Glaubens. Darum konnte Gott ihm in dieser Stunde schwerer Entscheidung in der Geschichte Israels gebrauchen. Als Elia bittete, ergriff er im Glauben die Verheißungen des Himmels und beharrte im Gebet, bis seine Bitten erhört wurden. Er wartete jedoch nicht, bis er den vollen Beweis empfangen hatte, dass Gott ihn erhört habe, sondern war schon auf das geringste Zeichen göttlicher Gunst bereit, alles zu wagen. Alles aber, was er unter dem Beistand Gottes zu tun imstande war, vermag auch jeder andere in seinem Wirkungsbereich im Dienste Gottes zu vollbringen. Denn über den Propheten aus den Bergen Gileads steht geschrieben, Elia war ein schwacher Mensch wie wir, und er betete ein Gebet, das es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. Jakobus 5, Vers 17 Auch in der Welt von heute wird ein solch starker Glaube benötigt, ein Glaube, der sich auf die Verheißungen des Wortes Gottes stützt und sich weigert, von ihnen abzulassen, bis der Himmel antwortet. Ein derartiger Glaube verbindet uns fest mit dem Himmel und verleiht uns Kraft, es mit den Mächten der Finsternis aufzunehmen. Durch den Glauben haben Kinder Gottes Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit gewirkt, Verheißungen erlangt, der Löwenrachen verstopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schwert der Schärfe entthronen, sind kräftig geworgen aus der Schwachheit und stark geworden im Streit, haben der fremden Heere zum Weichen gebracht. Hebräer 11, Vers 33 und 34 Durch den Glauben sollen wir völlig inne werden, was Gottes Absicht mit uns ist. Wenn du könntest glauben, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Markus 9, Vers 23 Glaube ist ein wesentlicher Bestandteil eines wirksamen Gebetes. Wer zu Gott hinkommen will, muss glauben, dass er ist und es denen lohnt, die ihn suchen. Hebräer 11, Vers 6 Wenn wir etwas bieten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erlangen, was wir von ihm gebeten haben. 1. Johannes 5, Vers 14 und 15 Mit dem beharrlichen Glauben Jakobs und der unermündlichen Ausdauer Elias dürfen wir unsere Bitten dem Vater darbringen und alles in Anspruch nehmen, was er verheißen hat. Mit der Ehre seines Thrones bürgt er für die Erfüllung seines Wortes. Amen Propheten und Könige von Ellen G. White Seite 110, 111 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Er